Dies ist die MiG-29 Borduhr. Diese Borduhr wird immer noch verwendet in den russischen Flugzeugen. Unsere Borduhr erhalten wir direkt aus Lagerbeständen, das heißt sie sind unbenutzt und haben noch die intakten Siegel auf der Rückseite. So these Bordwatches are from military original stock, unused and still have the seals on the back side. Das ist das berühmteste Modell mit Flugzone und Stoppuhr. Man kann hier die Zeit komplett einstellen, also anhalten. This is the model with flight time and chronograph. And with this button you can stop and start the complete watch. Hiermit, wenn man drückt, kann man den Stopper bedienen. So this is the Stopper function. Zählt 60 Sekunde, äh 60 Minuten. This one counts 60 Minutes. Und mit diesem Drücker können Sie die Zeit verstellen. Oben ist die Flugzeit. So with this button you can set the time. This is the flight time. Und wenn man es zweimal drückt, stellt hier die Flugzeit sich wieder auf null. So if you push here two times, this one will reset. Wir liefern diese Uhr mit einem Plexiglas Halterung. Und man kann sie, wenn Sie Ihre MiG-29 irgendwo in Sibirien parken, hier mit 27 Volt beheizen. So this watch comes with a holder here and also with a Plexiglas Holder included. And if you park your MiG-29 plane, you can heat it here with 27 Volt. So it will not be too cold for the watch. Eignet sich wunderbar als Schreibtischuhr oder man kann es auch in seinen Oldtimer, Segelschiff, Flugzeug oder eben in die MiG-29 einbauen. So this one, this watch is very good as a desk watch. And you can find all the details on how to use it on our page. And the watch comes with a big manual. Also wir liefern die Uhr natürlich mit einer sehr ausführlichen Beschreibung, wie man diese nutzt.